herzlich willkommen freunde zu einer weiteren runde in pokémon x wir stehen hier immer noch in der fabrik haben in der letzten episode den schalter hier betätigt haben in der letzten episode auch die fena arena noch abgeschlossen unser krallmorkles hat sich weiterentwickelt zu duokles und mal sehen was so der power jetzt in dem steckt er hat auf jeden fall einen sehr hohen angriff ich kann es euch ja noch mal zeigen wenn ihr sieht 102 angriff und eine 120 verteidigung ja was mich halt an diesem pokémon stört das muss ich okay war für die laha es ist fast dasselbe ist dieser sackende initiativ wert hey war mal ja das ist auch so okay das sagte echt ich brauche mal ein physisch pokémon was ein bisschen schnell ist weil wir haben jetzt nur spezielle pokémon ich hätte gedacht dass du ein bisschen mehr initiative kriegst und zu duokles ich weiß auch dass man es per stein entwickeln soll so ist es nicht also die letzte entwicklungsstufe ist eine steinentwicklung und er verliert auch dann glaub ich sein effekt schildlos soweit weiß ich das schon von dem pokémon bekommt man halt mit wenn andere es ist das spiel auch zocken so mama dunkelklau einfach spaßhalber ich wollte eigentlich nur die animation mal eben sehen das tut weh aber wir haben eine gute physische defensive stimmt ja ich habe ja was voll vergessen haua hier das du dreck sack tschüss mistvieh so magneien da wechseln wir unser pokémon auf viel nachher get back now it's your turn fehler jahre schade ich den englischen namen jetzt von dir der weiß gut sauer schreien schreien sage ich immer schein natürlich so super effektiv und magneien die kaffeemaschine geht down das war's team flair so ende gelände so jetzt kann ich auch einfach durch das fließband ja rückwärts gehen war da kommst du ja nirgends wohin nicht wirklich ich komme wieder nur hier hin okay gut das hilft mir jetzt auch relativ wenig jetzt bin ich hier oh was haben wir denn da so los jetzt zehr dich nicht so insgeheim willst du doch sicher für team flassen für team flassen arbeiten wenn du uns zur hand gehen würdest müssten wir die ganzen bälle nicht allein alleine schleppen willst du wirst du oder wirst wirst oder du wirst gegen eine zahlung von fünf millionen pokodollar mitglied unserer organisation bequemer geht es eigentlich nicht oder was in aller welt geht in eure köpfen vor ihr geistigen tieflieger ich kann ja nicht einfach zulassen dass sie es sich jemand alle pokobelle unternagel reißt nach vergiss es mit diesem tata kreis stehen wir bloß unsere kostbare zeit du hast recht wenn hier wenn wenn ihr wenn hier eh keiner irgendetwas taugt können wir den laden noch gleich in luft jagen sieh mal einer an wen haben wir denn hier ein eindringling ach du scheiße eindringling das sagt die richten das sagen die richtigen die ungewählten gäste seite nur ihr doch hey du da ich brauch deine hilfe meine güte das klingt recht verzweifelt mein fabrikleiter tja es tut mir wirklich leid aber deine hoffnung werden sich jetzt im keime stecken okay na wer bist du denn überhaupt team flair vorstand meine fresse die mit dem orange ich habe ein little bit probleme meine hp sind ein little bit down ich schlage vor ein little bit wechsel to a little bit fliegen pokémon ich habe keine lust dass mein dual class jetzt aufs maul kriegt und down geht gegenstoß wollen wenn der gegner schneller ist so heißt was kein pardor glurak hau ihn aufs maul hier ja glurak ja glurak haha und so wo muss sein glurak mein freund hundemann 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 ich versuch's mit philara so philara na du vorstand das wird jetzt ein battle ha zauberschein na hast du mich jetzt erkannt braves hundemann hundemann oh ja deine verteidigung ist so dermaßen schlecht hundemann da kann der feuerzahn das war sogar ein volltreffer und jetzt hast du dich verknallt oh wie süß siehst du sogar sternchen verdammt schick das reicht da war der step doch ein wenig effektiver egal das ist eh in uns verknallt kommst du mit Finte nix da und tschüss bada bumm das hat's mit nix das war wohl nix vorstand na nu so das war's hey hey mach mal langsam du musst doch für ein nämlichen fabriker weiter nicht gleich die vollen gehen das war ja mal ein trauerspiel von einem vorstandsmitglied hätte ich nicht erwartet das rege ich mich groß auf das müssen wir Forscher eben ran okay dann lass uns mal den Kampf zwei gegen einen richtig fertig machen ich weiß jetzt was kommt jetzt kommt die Sena ja und unterstützt uns noch wenigstens wusste ich's doch ach ja wenn ich zu spät dran bin ich hab die halbe fabrik ähm ich hab mehrere kämpfe ausgetragen als du ja ich kommst dann auch noch verspätet was soll's ein Rauselöffel mehr oder weniger ist doch Jacke wie Hose dank unserer Kombos wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit unseres Sieges sogar ist den Ziel angestiegen hm ich brauch wohl jemand Nachhilfe auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie was seid ihr überhaupt für Wissenschaftlerinnen kannst du mir in dem Kampf gegen diese Knalltüten helfen nö tschüss mach das mal hm dann auf ins Gefecht ok ok doppelt Kampfer du scheiße wie die aussehen ok ich hab meinen Pokémon immer noch nicht aufgeladen shit ähm nicht stimmt bei den Punkten müssen alle angeschlagen ach komm mal raus aber gar gar das schaffen wir schon tsch so pam so machen wir das jetzt weg gib es halt lächerliche Vorstellung sie kommt immer mit Lichtschild als erstes hm wow ähm ich mach den Eissturm einfach da kann ich einfach beide attackieren und gut ist verhöhner aha Doppelangriff, wir machen jetzt hier Doppelangriff, Massaker Ah cool, die drehen sich auch wirklich mit So muss das sein hier So, Initiative gesenkt Und jetzt können wir noch mal einen Eichsturm drauf klatschen Tendro kriegt aufs Maul Und finished Psyogon Das muss alleine weiter kämpfen oder wie Oder schützt du noch welche in den Kampf? Ich denke, es wird nicht nötig sein Wir finishen die beide gleichzeitig ab und gut Ich glaube, den Kampf hätten wir auch im Solo bestreiten können Aber Gaga reißt die beiden einfach nieder, gut ist Duel Classer reißt ich Level 36 Wieso versucht er schon wieder Nachttipp zu erlernen? Lass gut sein Game over Das war nix Ne, ne Na sowas Das darf nicht wahr sein Wir sind die mächtigen Wir sind mächtig Bahn gegangen Genug, das reicht Wir haben schon die Bokobälle, Superbälle und die Hyperbälle eingesagt Das reicht fürs Erste Machen wir uns aus dem Staub Ja, weil Meisterball und einem Riesen-Nugget wählen Das zuerst Ihr habt die Wahl zwischen einem Meisterball und einem Riesen-Nugget Na klar, nehme ich den Meisterball Wieso sollte ich den nicht nehmen? Nehmen wir einen Grund Okay, wir kriegen beides So'n Troller ey Mein Gefühl sagt mir, dass ihr beiden ganz genau wisst, was ihr damit anzufangen habt Ihr seid Anders als diese Grauen Äh Ganon Äh Ganon Gauner von Team Flair Danke Ach übrigens, nicht Äh Einmal ich weiß, was man Einem Riesen-Nugget anstellen soll Man verkauft ihn einfach Das ist Geld Dennoch Dieses verfluchte Team Flair Was bezwecken die mit Den Liebstahl der Pogobäller Macht So Dann schauen wir uns nochmal hier ein bisschen noch weiter um Hier lag ja noch ein bisschen was rum Ähm Warte Ja stimmt, ich muss ja Ich geh jetzt Oh, wie komm ich denn jetzt nochmal da hin? Hier komm ich nicht mehr zurück Ach komm Jetzt muss ich erstmal hier hin So Ne Ne, so komm ich ja nicht so wie ich wohl Stell das dich zurück Wenn ich das Oh hey, jetzt wollte ich auch noch reden Hey glaubst du, jetzt können wir uns ein bisschen umsehen Tut mir leid, jetzt Ist nicht der richtige Moment Wir haben Team Flair Wir haben einfach Team Flair Zu Dank Team Flair Der Name sagt mir irgendetwas Sind das nicht diese Typen von vorhin In roten Anzügen Ja Genau Genau Ganz genau Travo Team Flair Sie haben mit Gewalt Pogobäller an sich genommen Wie schlimm Von solchen Leuten sollte man sich besser fernhalten Oder jetzt die Platten machen Reicht hast du, Travo Tomato Die Flair ist echt übel Was machen wir jetzt? Laut der Karte Müsst die nächste Stadt Müsst die nächste Stadt Freskova Laut Karte Ist die nächste Stadt Freskova Sollen wir uns auf den Weg dorthin machen? Ja Machen wir Serena Und mir, ihr seid wirklich einmalig Ihr seid um längst stärker als diese Fieslinge Betreibt es bitte trotzdem nicht, okay? Bis bald Vielen Dank Dank dir sind alle wohl auf Allerdings kann und darf es nicht Sinn und Zweck und meins Abendheues sein Erinnere mich auf dich zu verlassen Oh ja Passiert Holon Oh Wer bist du denn? Eine Hololok Einmeldung Die Geiselnahme in der Pokémon Fabrik Nahe der Roman Telesity Konnte Unblutig beendet werden Der Vorfall So Keinerlei Auswirkungen auf laufende Pokeroy-Verkaufsaktionen haben Okay Ich geh nochmal rein Du stehst ja immer noch hier Du stehst noch hier Ja Jetzt Ich will nämlich noch das Item holen Muhahaha So Gut Ähm Unflutball Okay Das hätt ich mir echt schenken können Das hätt ich mir echt schenken können So Ähm So Jetzt muss ich aber jetzt wieder den ganzen Weg wieder rauskommen Oh Okay Nevermind Ich glaube ich muss die da den ganzen Scheiß umstellen Okay Dann fahren wir hier wieder raus Ah das heißt Team Flair ist ja da an der Seite weg Das heißt Was sucht Warum steht ihr jetzt hier in der Stadt rum? Hey Na gut Komm wir gehen erstmal ins Poker Center Und frischen unsere Pokémon auf Also bisher finde ich leider noch keinen Gefallen an diesem Dual Class Muss ich ehrlich sagen Ähm Ja Ich weiß jetzt leider noch nicht was ich damit machen soll Ähm Ich tausche dich erstmal zurück Also ich kann mir jetzt mit der Weiterentwicklung Habe ich immer noch keinen Gefallen dran gefunden Erspuckbund ist langsam Und in der Spezialdefensive auch nicht stark Ja Die normale Verteidigung ist bombastisch Genauso wie der Angriff Da Ähm Ja Also ich tue es jetzt erstmal wieder auf die Hinterbank legen Weil ich weiß sowieso es entwickelt sich per Stein Und nachtrainieren kann ich es ja immer noch Ja So ist es ja nicht Hallo Reden wir mal Einfach mal reden Damit wir vielleicht Noch irgendwie ähm Was kriegen könnten oder so Ne Ich rede dann nur von Typ V So Nächste Route Nächstes Glück Neue Ui Musik Tü Tü Laub Das ist ja cool Kommen hier Pokémon Oh Was ist das denn Hä Was war das denn jetzt Springt das hier hoch Ah Ach verstehe Okay Das ist ja cool So Gibt es irgendwas Oh Da gibt es sogar was Ein Weg Führt mich der Weg hin Ah Ein Beleber Aber ich hätte gedacht Auf dem Laub begegnen mir auch Pokémon Scheinbar ja nicht Wie es aussieht So Schaue ich aber nicht Mal wissen Was hier für Pokémon kommt So Magnaion Sehr schön Oh Wie süß Bedroher Na komm Magnaion Bashen wir eben noch weg Dann kriegen wir auch ein Level Up für unser Viel Lager Und tschüss Yay Level Up Oh was haben wir denn Mondgewalt Okay Hat noch mehr Stärke Dann wenn er macht Ich kann Okay Das gefällt mir Kann ich ja Zauberschein Austauschen Weil Brauntusch ist dann auch nicht Weil die Attacke stärker Und Zauberschein hat keinen Effekt Gut Wir schauen uns jetzt hier mal Drei Pokémon noch an Und dann gehe ich Weiter So Wer erwartet uns Jetzt Wieder eine Kaffeemaschine So Dann gucken wir uns doch mal Mond Hatte ich das richtig gelesen Mondgewalt Ja Mondgewalt Knatsch Und tschüss Sehr schön Erfahrungspunkte für Feli Lara So Okay Was kommt jetzt Okay Eins gucken wir noch an Und dann gehen wir weiter Das ist der Nachteil An der niedrigen Initiative Das ist wirklich das einzige Was mich stört Aber dafür gibt es auch Das Item Rauchball Damit kann man dann Immer fliehen Problemlos Und wieder eine Kaffeemaschine Komm das hauen wir weg Und dann gehen wir weiter Jetzt Scheinbar gibt es Es gibt nur eine Kaffeemaschine Nein Jetzt mal schau So ein Biss Nein Nein Jetzt bin ich auch mal verwirrt Ich mach Flucht Danke Okay Also scheinbar Jetzt nicht unbedingt Die wilden Pokémon Ach warte mal Hier ist ja noch was Oder auch nicht Hi Na Hexe Palim palim Los Feli Lara So Okay Also Mondgewalt Risikotackle What the fuck Kommt das hier mit Kommt das hier mit Hm Wow Fast one hit Ich denke mal Sternschauer wird das jetzt bänden Ähm Ist gut Palim palim Ja Hier Ich kriege die Sterne zurück Gutes So Okay Das war's Mit der Hexe Dann spielen wir unseren Auf unserer Feli Daher jetzt immer ein Sprudel Damit es sich ein wenig Erfrischen kann So Okay Ähm Wahrscheinlich gibt's ja auch wieder sowas wie Ninjas Kann ich mir gut vorstellen Bei diesen Laubhaufen Ah Oder Ranger Oder Ranger Ich glaube Ninjas wurde durch Ranger ersetzt Ne Ah Ein Knacksel Naja Wir haben ein Feli Lara So Und Tschüss Au Klatsch Das war's mit dir Und ein weiteres Level Up für mein Feli Lara Und Spezialeinkriff ist übertriebenes genial Obwohl der stärkste Wert von Feli Lara Ähm Abgesehen von den KP jetzt Ähm Die spezielle Verteidigung ist Ich will da hoch Und ich hab festgestellt Diese Animation Ähm Mit den Pokémon Ist scheinbar nur bei Labras so Oder nur bei einigen Ausnahmen Weil ich hab ähm Surf aber mit Relaxo eingesetzt Und das ist dann so wie bei den Alten Generationen Dass du dann Dass man da so einen Kreisschatten hat Und dann auf diesem Kreisschatten Surft Das ist Nix Hoppla Ähm Gut Ey Ich hab den Hügel gar nicht gesehen Okay Den machen wir noch platt Guck mal da Ach du Scheiße Ich hab den Pokémon gar nicht geheilt Verdammt Egal Guck mal Er kriegt trotzdem auf die Schnauze Baut er auch nicht Doch es kriegt's auf die Schnauze Aber das Feli Lara Du Dreck Sau Ähm Amagaga übernimm bitte mal Feli Lara soll nicht drauf gehen Boah Ich glaube ich tu Irgendwie Feli Lara Äh Feli Lara Amagaga Ziemlich Ja favorisiert spielen kann das sein Ja favorisiert spielen kann das sein Ich müsste Maglurak wieder ein bisschen reinwechseln Damit er wieder Vom Level her Mit den anderen gleichzieht Boah Ich spüre die Macht der Anti-Kraft Ich weiß auch nicht ich finde das cool dass ich ein Shiny hab Sämon Ach komm Bleib mehr drin Wir sind kein extrem schlechtes Matchup Von unserem Movepool her Ja Können wir eigentlich gut mithalten Und Amagaga hält einfach scheiß viel aus Trotz Dab und Self-Aktivität Juckt es Amagaga nicht wirklich Feli Tiamo Hier kann man Glurak übernehmen Los Glurak Ich sag mal ein paar Erfahrungspunkte So Ähm Komm ich gebe euch nochmal Mega Entwicklung Zum Abschluss Yeah Zack Und tschüss Level Up für Glurak Sehr schön Okay Oder Genau hier waren wir eben Dass wir rüber gestoppt sind Ich glaub Ne das mach ich dann im nächsten Part Ich würde sagen Ich verabschiede mich von euch Ich glaube dein Part hat euch gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Bis zum nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal